Das ist einer unserer ältesten Busfahrer, der ist seit der allerersten Tour dabei, als Afghane, hat die halben Russen gekillt und jetzt macht der Onkels. Und irgendwann hat er mal Haaren gehabt und mittlerweile hat er keine mehr. Nein, weißt du warum? Weil die glatt sind, ja. Es geht nicht, sie denken, es ist die glatt zu sein, es ist einfach für sie. Das ist gar nicht wahr, verstehst du? Jeder kann glatt sein, ohne rechtsradikal zu sein, verstehst du? Und das ist einem, wie sagt man das, das ist einfach gegen denen. Und außerdem unser neuer Spruch heißt? Ich bin nicht du, ich bin wie du. Verstehst du?